So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, Matthias Neu mein Name und in diesem Video sprechen wir mal kurz über den Kyron, der in Konjunktion zu Jupiter gerade steht und auch für die nächsten Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate, so ein bisschen diese Energie zwischen denen stattfinden wird, die ich jetzt gerade benennen werde und zwar ganz einfach, eine Konjunktion steht für eine sehr starke Verbindung zueinander, sehr harmonisch, man fusioniert sozusagen, man ist ein und dasselbe und das passiert gerade zwischen Kyron und Jupiter und übrigens zur Widderzeit werden wir das umso mehr spüren, weil die Widderzeit, Kyron ist ein Widder, Jupiter ist ein Widder und die Widderzeit, wenn die Sonne da ist, wenn Merkel sogar noch da ist, gerade ist auch Venus jetzt da drin in Widder, das heißt was unsere Liebe angeht, spüren wir das auch, wie wir uns beziehen, Dinge die wir wertschätzen, da zeigt es sich auch und zwar zeigen sich, jetzt wenn wir uns mal Jupiter kurz anschauen, wenn wir in unsere Spiritualität eintauchen, wir werden irgendwie Wunden aufreißen können, alte Wunden, die gesehen werden möchten, können aufgerissen werden, wenn wir jetzt spirituell sind, wenn wir zum Beispiel philosophisch sind, wenn wir irgendwie verreisen, sei es jetzt physisch oder mental nur, wenn wir uns also neues Wissen aneignen wollen, wenn wir auch durch Erfahrungen gehen, durch neue Erfahrungen und so weiter, kann sich diese Kyron-Energie hier zeigen, durch die Konjunktion, dass wir also, ja wir haben die Fähigkeit durch unsere Spiritualität, alte Wunden aufzureißen, vielleicht auch gewisse Fehler wieder zu machen, gewisse Dinge zu machen, die auch triggern, nicht nur uns, sondern auch andere, weil es betrifft uns gerade alle, was wir gerade durchgehen aktuell, diese Konjunktion, also das bedeutet einfach, unsere Spiritualität verknüpft sich mit unseren, ja, Triggern, mit unseren Fehlern auch, mit unseren Schwächepunkten und diese Schwächepunkte, die werden jetzt aufgerissen, indem wir uns mit unserer Spiritualität beschäftigen, wenn wir es tun, ja, und da kann es dann, ja, zu Situationen kommen, wo du, wo du das Gefühl hast, du wirst getriggert oder, das ist übrigens immer, du hast das Gefühl, du wirst getriggert, irgendwas wird angegriffen bei dir, also es kann, wir können uns auch, wir können das auch alles gerade mit der Spiritualität beziehen, wenn wir uns mit spirituellen Themen gerade beschäftigen, da ist sehr viel Kampf vielleicht sogar dabei, sowieso, durch die Wetterenergie, als alles gerade dieses Jahr wird es sich mehr zeigen, ja, das ganze Jahr, wo jetzt Jupiter in Wetter ist, natürlich, okay, im Sommer wird es anfangen, nochmal rückläufig zu gehen, ja, Jupiter und so weiter, aber Jupiter in Wetter bedeutet, wir werden kämpfen, was unsere Spiritualität betrifft, da wird ein bisschen Krieg sein, da werden Wettkämpfe sein, wir nehmen das sehr, sehr persönlich vielleicht sogar, unsere spirituellen Themen, aber wir können uns, wir können auch alles, wir können, jeder von uns kann neue Ansichten erschaffen, wir können neu mit der Spiritualität in irgendeiner Form umgehen, mit unserer spirituellen Natur, wir können dort wirklich Neues erschaffen, wir können auch durch neuere Erfahrungen gehen, wir haben den Drive sozusagen irgendwie, ja, leidenschaftlicher über unsere Spiritualität zu sein, das sind wir automatisch, es geht nicht anders, wir können auch hier mehr Aggression und Frustration zeigen, was diese Themen betrifft, was auch unsere Glaubenssätze betrifft, die können wir jetzt neu verändern und wirklich neu verändern, weil immer wenn ein Planeten wieder reinkommt, dieser Planet beginnt einen neuen Zyklus, das ist wie das, wie das Geburtstag oder kannst du nicht unbedingt so sehen, sagen wir mal Neujahr, das ist wie das Neujahr von diesem Planeten und das betrifft gerade Jupiter, der Jupiter geht also gerade durch sein neues Jahr, der hat alles losgelassen mit diesem Jupiter und Fischer letztes Jahr und ja, wo es jetzt geendet hat und jetzt ist Jupiter ready, um komplett neue Ansichten zu erschaffen und nochmal rein zu pushen, was seine, was Erfahrungen angeht, Jupiter will jetzt noch weiter verreisen vielleicht und hat wieder den Drive irgendwie zu verreisen und sich zu expandieren, verreisen, mit verreisen meine ich auch grundsätzlich einfach mental zu verreisen, neue Horizonte zu sehen und herauszufinden, Neues herauszufinden, okay und das werden wir jetzt auf jeden Fall haben dieses Jahr, das ist eigentlich ganz, ja, powerful, diese Energie ist powerful für mich, sehr mächtig, wir können hier aber auch vielleicht sogar Reibung erschaffen, bisschen, weil wer was Neues bringt und es mit Leidenschaft reinbringt, der steht auch in großer Konkurrenz zu den anderen Ansichten, die schon davor da waren, das heißt, da kann so ein bisschen auch Ego dabei sein, im negativen Fall, dass Leute das mit sich so ein bisschen verbinden, ihre Spiritualität und sie ist auch angepasst zu ihren eigenen egoistischen Zielen auf der negativen Seite, sind wir damit egoistisch, ja, mit unserer Spiritualität, mit unseren Ansichten, aber okay, das zu Jupiter in Vida, jetzt wollten wir aber auch besprechen, was diese Konjunktion hier betrifft, was das herbeirufen wird und zwar, weil Kyren steht ja für diesen, ich sehe Kyren immer als diesen Krieger an oder sagen wir mal, du bist gerade durch einen Krieg gegangen, ja, du bist gerade mit der Truppe oder sowas durch den Krieg gegangen und du hast voll die Wunden mitgenommen, ja, so, jetzt kommt dieser Kyren an, Kyren ist so wie dieser, dieser Anführer von dem Krieg, von dieser Kriegstruppe und ihr steht jetzt am Lagerfeuer abends und der Krieg ist so ein bisschen vorbei in irgendeiner Form, so dieser kleine Fight oder große Fight, was auch immer und du hast diese Wunden, so, diese Wunden willst du aber nicht ansehen, die tun dir sonst weh, je mehr du darauf schaust, je mehr du irgendwie darüber nachdenkst, tun sie dir weh, so, jetzt kommt, und du hast sie vielleicht sogar ein bisschen vergessen, aber jetzt kommt dieser Kyren, das ist so dieser Veteranen, Krieger, dieser typische Anführer, dieser General und der kommt, macht das Schwert ins, äh, kennst du vielleicht vom Film, der macht das Schwert in das Feuer, sodass es richtig heiß wird und du kennst vielleicht vom Film, wo man dann das heiße Schwert auf die Wunden legt und das will Kyren machen, Kyren will diese Wunde schließen, Kyren will, dass du heilst, auch wenn es erstmal sehr, 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 sehr doll weh tut, so, und das ist Kyren, Kyren will dich erstmal vielleicht verletzen, aber er wird deine Wunden so ein bisschen dadurch heilen, indem er sie in irgendeiner Form aufreißt oder wieder anfokussiert mit diesem heißen Schwert, fokussiert er und bringt auch deine Aufmerksamkeit darauf, hey, guck mal, hier ist eine Wunde, das müssen wir jetzt schließen und du sagst, nein, 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 ich weiß nicht und das tut weh, so, aber der will dir nur helfen am Ende des Tages, das heißt, Kyren triggert dich, der sticht in dich irgendwo hinein, um dich aber auch zu heilen, ja, und das passiert jetzt, wenn wir spirituell sind, wenn wir in unserer spirituellen Natur sind, die ja sehr leidenschaftlich gerade aussieht, das heißt, auch wenn du mit Widdern zu tun hast, so wie bei mir, ich kann das hier bei dir hervorrufen, allein durch die Energie, die wir Widder aussenden, wirst du in deinen Jupiter mehr reingebracht, in dem aktuellen Jupiter, sagen wir mal, durch die, alle Widder, bringt dich dann mehr aktuell in deine spirituelle Natur hinein, die ja auch so leidenschaftlich aussieht wie Widder, das heißt, sie zeigen dir auch gerade und die sind auch viel fähiger, diese spirituellen Themen oder diese spirituelle Natur mehr auszuspielen, sagen wir mal, okay, und die wird aber irgendwie, ja, zu Situationen führen, wo plötzlich wieder ein bisschen Chaos herrscht, ein bisschen Kampf, so typisch diese Kyren-Energie, die so ein bisschen was aufreißt und so Träger kommen hoch, vielleicht drückst du irgendwie dich schnell aus und plötzlich war das ein Fehler, merkst du, ja, das kann alles sicher zeigen, aber wie kannst du das für dich nutzen, indem du jetzt darüber bewusst bist, weißt du, wenn du in diesem Jahr und vor allem jetzt in den letzten Wochen und in den nächsten Wochen, wenn du das Video hier schaust, wird es natürlich am stärksten sein, durch den 6 Grad Orbis, aber wenn wir dieses Jahr Jupiter und Widder haben in Konjunktion weniger oder mehr, in Konjunktion zu Kyren, wirst du also durch deine spirituelle Natur deine Trigger irgendwie öffnen und du kannst sie aber auch dadurch irgendwo heilen, wenn du es zulässt. Aber du kannst wirklich fähig sein, diese Wunden, diese Wunden dir anzusehen, die endlich mal angesehen werden müssen. Und darüber lernst du jetzt auch viel, wie du diese Wunden heilen kannst. Darüber kannst du gerade viel lernen. Du hast die Fähigkeit, deine Spiritualität mit deinen Triggern, mit deinen alten Wunden zu verbinden. Und das führt dazu, dass du darüber auch mehr lernen kannst, dass du da mehr Erfahrungen sammeln wirst, die dich in diesen alten Situationen, die dich verletzt haben, zurückbringen. Okay? Das ist irgendwo alles ein Fluch und ein Segen, aber ich sehe das sogar als Segen. Am Ende des Tages ist das alles ein Segen. Ich sehe das als Segen an. So, was wollte ich noch sagen? Jetzt haben wir übrigens Venus und Widder, das heißt, das bezieht sich auch auf unsere Art, wie wir uns beziehen, immer wenn wir gerade in unserem Venus sind. Venus bedeutet, wir schätzen etwas Wert oder wir sind gerade in unserer harmonievollen, sozialen, wertschätzenden Energie. Dann werden wir diese Kyren-Energie auch ausspielen können. Natürlich, vor allem wenn jetzt in einer Woche wird es natürlich viel stärker sein als jetzt, weil Venus gerade reingegangen ist, äh, entweder. Aber trotzdem, zu dieser Zeit wird es sich mehr ausspielen können, dass auch hier innerhalb deiner Beziehung zum Beispiel, sei es jetzt partnerschaftlich oder freundschaftlich, innerhalb diesen Beziehungen werden Wunden aufgerissen, du wirst getriggert. Die Beziehung kann dich triggern, sehr triggern, als vielleicht sonst. Und es kann viel mit Wut zu tun haben, es kann viel mit Frustration zu tun haben, man ist zu leidenschaftlich, ähm, es kann aber auch eine sehr sexuelle Zeit werden mit Venus und Widder, aber da können ja dann auch vielleicht die Wunden liegen. Übrigens, sehr, sehr wichtig, guck mal, wo Kyren, in welchem Haus es bei dir liegt, wo liegt bei dir 13 Grad Widder, circa, dann weißt du, welches Thema hier betroffen wird. Wenn du Kyren in, ähm, aktuell und Jupiter dann auch höchstwahrscheinlich und Venus, Venus dann auch bald oder jetzt schon, kommt dann auf deinen Chart an. Aber wenn du zum Beispiel im vierten Haus hast, dann wird es sich auf deine Familie mehr beziehen, diese ganzen Themen, die ich hier gesagt habe. Diese Fehler, diese, diese Wunden, die aufgerissen werden, die Situation, wo du vielleicht auch unkomfortabel bist, wo du dazu gezwungen bist, dich vielleicht nochmal zu beweisen oder etwas zu heilen oder du hast zumindest das Gefühl, ja, dass du hier nochmal irgendwie kämpfen musst. Das kann auch da sein. Das ist typisch Widder auch und auch passt auch zu Kyren, ja. Und das kann sich dann zeigen in dem Bereich vom vierten Haus, wenn du zum Beispiel das im vierten Haus hattest, also innerhalb deiner Familie, innerhalb seines Zuhauses ist. Plötzlich sind da sehr wütende Situationen, wo jeder wütend ist und aufgeregt ist innerhalb der Familie. So, und das ist so ein kleines Video dazu, weil das ja ein sehr interessantes Event gerade ist, die Konjunktion zwischen Jupiter und Kyren gerade und natürlich die anderen Planeten werden auch noch in Konjunktion kommen. Wenn Merkur jetzt bald in Widder kommt oder die Sonne in einem Monat, äh, circa, dann wird sich auch hier zeigen, was unsere Handlungen betrifft, wenn die Sonne in Konjunktion zu Kyren wieder ist, ne. Das wird auch wieder irgendwie was aufreißen, ne. Kyren ist immer so eine Energie, wo du, ja, okay, die Widder-Energie, die lässt sich so ein bisschen motiviert sein an deinem Drive, aber da Kyren, du weißt irgendwie, oh nein, das hat jetzt wieder die Situation aufgerissen, das wollte ich eigentlich nicht und ich wollte mich nicht vielleicht so ausdrücken, weil dafür steht Widder auch. Du drückst deine Gefühle aus, das ist Widder, das ist Feuer, ja, und da drückst du vielleicht ein Gefühl aus, was vielleicht nicht ausgedrückt werden sollte, plötzlich ist die andere Person verletzt und du auch irgendwie, und weil es dich ja verletzt hat, was die Person vielleicht gesagt hat, obwohl es sich nicht so meinte, so eine Situation kann hier entstehen, ja, vor allem bei der Widderzeit, aber auch jetzt, was die spirituellen, was die spirituellen Themen betrifft, was unsere, wenn wir gerade in unserer spirituellen Blase sind, da sind wir auch in dieser Energie und es kann zu vielen Situationen führen, manchmal zu sehr chaotischen, extrem verletzenden, rücksichtslosen Situationen, weil es ja Widder auch ist, es ist Widder und es ist Kyren, das heißt, er verletzt dich hier dementsprechend auch. So, das würde ich dazu sagen, natürlich vielleicht könnte man noch zwei, drei Dinge weiter interpretieren und sagen, aber das ist das Grundsätzliche, wir haben also die Fähigkeit durch unsere, wenn wir spirituell sind gerade und vielleicht auch, was unsere Glaubenssätze betrifft und so weiter und wenn wir neue Erfahrungen durchgehen, dass wir dort uns vielleicht sogar unwohl fühlen, getriggert fühlen, Wunden werden aufgerissen, wir haben die Fähigkeit durch unsere spirituelle Natur, aber auch diese Wunden zu heilen, weil wir sie ja jetzt mehr sehen. So, das würde ich dabei belassen, wie gesagt, achte auf dein Haus, sehr, sehr wichtig, sag dir sehr viel, wenn du Hilfe brauchst, frag mich gerne einfach, sei es auf Instagram oder E-Mail, was auch immer, ist in der Beschreibung und ja, sag mir gerne deine Meinung auch dazu, vielleicht hast du es sogar gemerkt. Bis zum nächsten Video. Was ich aber noch kurz dazu sagen wollte, ich hätte da noch ein bisschen mehr reingehen können und zwar Widder, es steht für das Pushende. Ich fühle auch das sehr, sehr Männliche. Das, was komplett einfach direkt anfängt, ohne zu denken, was auch, aber vor allem deswegen auch zu Fehlern führt. Deswegen passt sogar Kyron und Widderenergie, die sind sich irgendwo ähnlich. Tut mir leid wegen den Sounds, weil man das hört. Aber was ich sagen will ist, diese Thematik kann sich, also diese Wunden können sich auf deine Themen beziehen, wo du vielleicht zu schnell agiert hast, vielleicht sogar zu viel, zu extrem agiert hast, wo du rücksichtslos agiert hast, wo du sehr egoistisch vielleicht sogar warst, in deiner gierigen Energie, das ist auch typisch Widder, gierig, das ist ja sexuell so, du gehst sofort nach deinem Ziel, so zack, ich will jetzt gewinnen. Das ist auch ein Thema. Vielleicht sogar die Angst zu verlieren, kann da mit rein spielen, die Angst nicht der Beste zu sein, nicht das Beste gegeben zu haben, nicht vielleicht sogar beschützt zu haben in irgendeiner Form. Das kann da der Fall sein. Das kann aufgerissen werden. Das ist das Thema, was wir gerade uns auch mehr anschauen dürfen, sowieso mit Kyron und Widder. Und es kann sich zeigen, wenn wir uns mit unserer Spiritualität befassen gerade. Und dementsprechend dürfen wir dort auch unsere Glaubenssätze jetzt wieder anpassen und irgendwo vielleicht sogar transformieren dadurch. Weil es ist ja eine Wunde, die geheilt werden darf. Das heißt, wenn du hier eine Wunde hast, was das betrifft, dass du zu schnell agierst und so weiter, dass du zu viel pushst, zu viel auch in deiner männlichen Energie bist, aber in deinem Ego auch bist zum Beispiel und nicht deine Verletzlichkeit zeigen kannst. Das ist auch eine Thematik, dass du deine Verletzlichkeit nicht zulässt, dass du die Liebe nicht ganz zulassen kannst, weil du zu sehr in diesem Ego drin bist. Das ist typisch Widder, ja, dass du nicht mal das Passive spielen kannst und andere vielleicht auch mal kurz entscheiden lässt, dass du nicht unbedingt immer gewinnen musst. Das sind gewisse Thematiken. Auch übertriebene Männlichkeit kann hier mit reinspielen, übertriebener Drive, zu viel Aufgeregtheit und Motivation und Wut und zu viel Mut, Hochmut. Das können alles hier Themen sein. Wollte ich nochmal kurz ergänzen, damit du vielleicht weißt, was dich erwarten wird, was auch unsere spirituelle Natur gerade betrifft. Wir werden alle diese Tendenzen haben, die ich gerade genannt habe und da dürfen wir die Wunden sozusagen nochmal anschauen und heilen. Bis dazu.